Herzlich willkommen Leute zu einer Folge Master X Master Minigames mit Kundran und Alex. Hallo. Hallo. Der Charakter, den ihr habt, ist sowieso irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist der Rechtsklick-Move. Ja, das ist der Einzige, den ihr meistens benutzen könnt. Okay. Ähm, Minigames. Es gibt drei unterschiedliche Kategorien von Minispielen und wir wissen immer noch nicht, welches wir gerade haben. Kugelhölle. Der letzte Überlebende gewinnt, Angriffe deaktiviert, Fähigkeiten negativ, Ausweichen deaktiviert. Du kannst trotzdem immer Rechtsklick machen, deswegen weiß ich nicht, was Ausweichen deaktiviert heißt. Äh, und ja, ihr müsst jetzt den Schüssen ausweichen. So ein bisschen wie die SNR-Spiele. Ne, es erinnert mich ein bisschen an die SNES-Games, wo du da von, die Sidescroll oder... So, ihr habt beide Charaktere, das heißt, ihr könnt auch da hin und her wechseln. Solltet ihr machen, bevor ihr tot seid. Wer tot ist, ist natürlich raus. Ach so, ihr könnt auch wechseln, okay. Genau, wechseln kannst du, ist auch ein unterschiedlicher Lebensbalken. Und, es kommen manchmal Gimmicks in der Mitte, so Kisten, die geben entweder einen positiven Effekt, der wirklich nützlich ist, so eine Verwundbarkeit. Oder einen negativen Effekt, dass zum Beispiel deine Steuerung vertauschtest oder sowas. Also, da, Alex hat LP-Regeneration, das ist natürlich schon mal gut, ja. Hast du aber Glück gehabt. Ich hab noch keinen Damage geschickt. Noch einmal. Oh shit. Ich bin mal losgeworden, in der Tat. Ja, ich auch. Ich hab Glück gehabt. Ich hab hier noch einen. Aua! Ey, nimm Alex, ey, du Gendoum. Ach ja, ich habe Kugeln aus der Mitte, die kommen nochmal zurück, die bauten. Jetzt geht es nicht. Jetzt klar. Okay, jetzt wird es dann doch ein bisschen anspruchsvoller. Das ist doch voll super, ey. Alter! Ich könnte nicht mal wechseln, so schließlich ist gerade. Oh, der Alex hat es leider erwischt. Du bist schon raus? Ja, ich könnte nicht wechseln. Das ist schon ein bisschen peinlich, oder? Als Erster? Warum habe ich den Effekt, meine Verteidigung ist unten? Heißt das, ich bin One-Shot oder was? Wahrscheinlich wirst du auf jeden Fall mehr Schaden nehmen. Ist da einer ins Ulti gegangen? Was tatsächlich mich nervt, ist, wenn ich die Lebensstelle von den anderen. Ja, ich wette, Hart kannst du ausgrenzen. Also, ich wette, es gibt einen Short-Skart für Hart. Wen? Oh. Soll es eigentlich geben. Ich hab es jetzt mal ange... Oh, 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 oh. Jetzt hier suche der. Ich lock die für die Lobos. Oh, shit. Ich hab keine mehr, glaube ich. Ich hab noch eine. Ich hab keine mehr. Gönnt euch. Oh, oh, shit. Ich wotste sogar bis. Das ist aus dem Lüftbox. Risky Business. Was habe ich? Das ist es nicht. Aua. Jetzt geht's. Ah, ich war ein Vermutbar. Praktisch. Jetzt bin ich gleich weg. Ich bin gleich weg. Das Leben dauert doch mehr als ich dachte da unten. Du musst auch ein bisschen Glück haben, dass du ein Charakter hast mit viel Leben, ne? Mit der Rennung. Ja, ja, oder ein kleinen Dodge. Oh, das war's. Oh, das war's. Eine rechte Mauskaste. Ah, guck mal hier. Ich bin auch voll. Ich hab noch nicht einmal den Char gewechselt. Du hast hier den Monkey King, oder was? Ja. Da ist ein Oriz. Oh. Dolch. Ja, epic Dolch. Ich hab da, ich muss meinen Ausweis gehen. Kurz auf. Haha. Warte mal, Fanny. Kipp ne Berg. Kipp. Kipp. Ich hatte eine Stunde. Alles deine, alles deine. Du sagst. Haha. Überleben. 5, 4 Sekunden noch. Da hinten ist noch ein Ries. Das kannst du aufgeben, recht? Ah, schade. Nein, vierter. Der Mond ist zwar war nice. Wir gehen einfach zu... Wir müssen ja gar nicht schneiden, das geht ja so schnell, hier ein Match zu finden. Ja, ja. Zur Brücke. Oh, das ist ein geiler Screen, den ich gerade sehe. So ein Steampunk-Typ. Oh, oh. Ich seh hier ne Farrah bei mir. Äh, okay. Master Mini Spiele. Ich muss erst wieder einladen, glaub ich, oder? Nee, ich muss erst auf Master Mini Spiele gehen. Ah, okay. Ja gut, ich hab ne Gefängnis. Ich hab ne Ahnung. Gebt mir, was gut ist. Der Waffe Team war nice. Oh, ich weiß. Ich muss den Boxer. Ich hab zwei Squishies. Meine sind, glaub ich, auch nicht so. Na, bin ich auch gespannt. Du solltest dir ne Huhn-Seite machen mit nur Leben. Obwohl schon nur, dass die DR-Telemmen sind. Ja, ja, genau. Nur Leben prozentual. Ich will die Mini-Spiele meistern. Alles auf die Mini-Games. Ich find das mit dem Mini-Amer-Themen cool. Ich find das mit dem Mini-Amer-Themen cool. Aber da haben wir vielleicht die ganzen Spiele in hinten. Genau, da unten waren wir grad links unten. Stimmt. Das ist einfach nur so ein Park, aber der sieht nice aus. Äh, Zuckerschock, der letzte Überlebende gewinnt. Okay, könnte sein, aber Zuckerschock ist anders, glaub ich. Ich muss kurz mal ne... Oh, ich kann fliegen. Das ist gut. Okay, gut, ein Escape-Skill. Das hast du, ein Dash. Candies. Süßigkeiten werden abgefeuert. Nein, oder? Warte mal, da isst die. Ich nehm'n Fahnen. Du musst die essen, um dich zu heilen. Zuckerschock, Leute. Was musst du? Ihr musst die einsammeln, damit du nicht heilst. Was sagst du mir jetzt? Ich hab' ich doch auch gar nicht gewusst. Zuckerschock, Leute. Ja, stimmt. Ich sammle doch auch nicht. Ich hab nur leider was zu mir wehlen. Guck mal, der hat... Oh, das ist ein Riesending. Ah! Zuckerschock! Aua! Ja! Hallo, ich hab... Warum kann ich das Riesige nicht essen? Das ist zu groß für dein Mund. Ah ja, okay. Das... Ich hab grad die Einzelne... Weil... Vielleicht... Ne, ich... Keine Ahnung. Hä? Eis? Eis? Okay, Eis. Ich bin Eis-Creme-Mörser. Was ist denn das für ne Perspektive, so 3D so? Du musst auf die Schatten achten. Hä? Was für Schatten? Ah, hier. Hä? Hau ab, Kunterat! Das ist meine Eis, mein Reben. Ich brauche Eis! Ich brauche Eis! Ich brauche Eis! Das ist perfekt zum Sommer, das Spiel. Ich brauche... Ich brauche... Okay, ich bin auf und rennen. Alter, wie können denn manche voll sein? So viel Eis wird hier gar nicht geworfen. So viel Eis hast du denn noch? Weißt du, Kunterat, wir kacken, ja? Sind zwei Süßigkeiten unterwegs! Ja. Was hältst du? Donuts Born! Donuts! Trau mich nicht zu wechseln mehr, Kunterat. Ja, das geht mir aber auch so. Ja. Warte mal, das wird mal härter, oder? Jaja, klar. Aber Alex hat nicht mehr... Oh, das wird ein riesen Donut. Ey, scheiße, Alter, das ist kein Klapp. Gib Alex. Ich hab einen riesen Donut. Ne, 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 kriege ich nicht. Den nicht, Alex. Den auch nicht. He, he, he. Schau nur noch. Nein, he, he. Nope, nope. Alter! Weiter, weiter, Kunterat. Alex! Degantic Donuts! Oh! Nein, meiner! Ich will wenigstens in die Top 3 kommen. Was kann man denn machen mit Linksklick und Rechtsklick? Da kann man schlagen irgendwie. Ne, bei mir passiert dann nichts. Rechtsklick ist halt mein Dodge-Skill. Nein, nicht wie das Eis. Ihr Suche ist doch gut. Aber du kannst es rekordieren? Fuck it! Nein! Ich kann nicht springen. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Okay, haut ab. Ich bin doch fresh. Ich bin doch fresh. Okay, okay, okay. Was ist jetzt? Ich will nicht weiter leben! Schieß doch! Was, 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 was? Da muss noch drin stehen, oder? Oh, du wirst geschockt, wenn du draußen bist. Hilfe! Holy Shit! Hä? Vielen Dank. Man darf nicht den Rand berühren. Ja. Ähm. Gib mir den Donut! Gib mir den Donut! Ey, was ist das denn für eine unfehle Scheiße? Oh, Dalu. Oh, Dalu. Oh, Dalu. Achso, achso. Du bist am Arsch. Komm, du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Gib mir den Donut! Ich liebe den Donut! Du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Okay, Alex. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Eis. Ja. Ja. Komm her! Nein, nein, nein! Was ist das denn? Ja, du bist. Was schlecht ist. Nein! Schock an der Woche! Scheiße! Wie lange! Ewig! Wie viel Leben macht das bei dir? Ich hab bald weniger. Nein, das war eins! Das war eins! Oh, Riesending! Riesending! Gib mir den! Ich kann nicht springen! Beide nicht. Okay. Phase 4. Bereit machen! Was? Ich hab mich vorgehaben mit der Lootbox. Oh, das ist ja assi. Lucky! Der quatsch. Der quatsch. Unentschieden. Spiel endet in 10 Sekunden. Ah. Ah. Wieder vierter. Ah. Und dann so Kisse auch nix. Keine Belohnung für dich. Ich glaube, wir wären gleichzeitig gestorben, oder? Gerade? Ich hätte noch gewechselt. Ich weiß nicht, wie viel der hatte. Na, ich hätte auch noch gewechselt. Ja, ganz wenig hatte man nur. Das mit dem Eis. Okay. Das war... Oh, jetzt hab ich auch so... Nimm mal meinen an. Oh, jetzt. Ich bin raus. Nochmal. Okay. Da hab ich den Maro-Hauswinn eingeladen. Komm, jetzt gib uns Jump'n'Run! Gib mir was Gutes! Shit, irgendwo? Ich hab wieder den Tank! Ah, ich hab Maro-Kumbo! Ich hab beide Maros! Okay. Ich hab Moro und Maro. Die sind beide aus wie Maro. Ja. Oh, was haben wir? Okay, meine Maro-Kumbo! Okay, Maro ist voll oft dabei! Ja, Maro ist richtig oft dabei! Ja, Maro ist richtig oft dabei! Oh, ich geh unter die Erde! Ich glaub der ist auch gut! Ich glaub der ist stark! Der hier rennt! Okay! Achso, ausweichen! Ich glaub ich davon! Sammel die ein, dann! Ne, musst du einsammeln! Musst du einsammeln! War richtig! War richtig! Oh! Der kann die abwehren in ne andere Richtung! Das ist auch geil! Da müsst ihr aufpassen ey! Wie hat der das gemacht? Das ist ein Rechtsklick! Was kann der Blub machen mit Rechtsklick? Äh, der geht unter die Erde! Halt er die Geräusche! Der bleibt einfach in der Mitte stehen denn der Typ! Unverwundbar Kunran, lucky! Wie lange? Weiß ich nicht! Das ist über blöd! Oh nein! Anfang ist ja noch okay! Anfang ist ja noch... Na, Anfang ist okay! Da kann man stehen bleiben einfach! Oh! Die Gäste ist lieber nicht drin bleibt an sich! Oh! Meine verteidigt Kunden! Ich verprügel dich jetzt! Nicht drin stehen! Ich dachte gerade man muss sich rein... sich reinstellen wegen dem was wir davor hatten! Ja, meineine habe ich losgeworden! Alles gut! Jawoll! Keine für mich! Na, will eine? das hätte mal der andere gebraucht ich sehe nichts geschriften die ganze ich glaube oben zu sein ist doof Aua wem ist der Dodger ok oben ist echt doof wie in der Schrift ok ich versuch's oh oh random 4 was ist das denn für ein Shit was soll das denn ist euch jetzt echt was passiert wir waren gefeiert wir sind random durch die Gegend gelaufen ok also gelesen hatte ich das aber ich hab wieder 4 4Fack ah ah des Tym oh der Blub ist echt Nein was ist Ich hab's nicht verstanden, was passiert ist. Achso, ich werd ab und zu einfach von Angst zu Trecken versetzt. Das ist böse, bitter. Aua! Komm schon. Ich bin schneller. Ich bin auch scheiße. Oh, das ist ja fies. Ja, alles klar. Stelle Feuer ein. Wer lebt denn noch? Ich, dieses Mal. Oh, wir drei noch? Ich hab auch so wenig Leben gerade. Tschüss. Oh, gut. Oh, 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 oh. Was? Die Wandern. Shit, wie oft was. Oh, shit, Dalu. Kann ich meine Ulti einsetzen? Nein, wie? Hier. Ich nehm, ich nehm, ich nehm. Hast du gekriegt? Nein. Ah, shit. Uh. 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 Alles klar. Ja. Ich hatte noch einen ganz vollen und hab einfach gedacht, ja komm, nix in der Nähe. Oh, shit. Ich hab die Zielsuchenden gerade unterschätzt. Noch wieder vier gewesen gerade. Ja. Ah, ich bin dritter dieses Mal. Ich bin dritter geworden. Also das war ne Steigerung zu weg, muss man sagen. Ja. Und nochmal, hier, wir müssen mal anders vorgekommen. Ja, das Jump'n'Run. Oder das, äh, der Boden bricht ein. Ach so, das gibt's auch hier. Ja. Move4Die mäßig. Ich hab schon wieder Maru aus hineingeladen. Auf der Suche nach einem Ziel. Auf der Suche nach einem Ziel. Da hab ich gerade mal gespielt, halt, ja. Auf der Suche nach einem Ziel. So. Ich wär eh wieder mein Tank. Ne, doch nicht. Ich hab diesmal Maru. Ich hab MBA 07, den hab ich noch nie gespielt. Ist das der große Roboter? Ja, der hat vielleicht ne doofe Hitbox. Ich muss am Anfang wieder Escape Scenes testen, wenn ich gleich drin bin. Der Affenkönig hier, der war schon gut. Komm, was haben wir jetzt? Wir haben, sollten Lotto spielen. Oh! Was jetzt? Was ist das denn? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Unbegrenzte Sprünge. Okay. Und wo springen wir hin? Ballons einsammeln? Ich rufe. Oh ne. Oh, ich sehe das Problem. Was mit dem Ballons? Oh fuck. Kann man sich tuken? Äh, ne. Ah, die Ball... Oh? Was ist das da unten? Was ist das da? Wie, Leute! Einer hat ein Noch-Eck. Wissen, dass du bist das, ne? Nee, der macht damage. Was ist denn? Wieso hat der sowas? Ja, ich hab's grad gemerkt. Okay, das müssen wir rausfinden, ne? Oh nein. Äh, fand ich tot. Jetzt hat der Nächste das mit dem wegschubsen. Der schubst mich in den Laser rein, der Sack. Geh kaputt. Geh kaputt. Ich bin tot. Hä, was ist das denn? Dann müssen wir ja nur rausfinden, wie das geht. Das ist ja nicht so schwer. Rätselbox. Jetzt hat Kunde dran das. Das war ne Rätselbox. Okay, also ne Box. Ja. Da, da, da. Phase 2! Oh, feet? Oh. Was geht ab? Können wir anders geht ab? Also es geht nur bis zur Hälfte, okay. Ich hab ne Rätsel bei uns eingesammelt, aber ich hab keine... Ey! Der rastet mich direkt! Alter, das fuckt! Das ist die gute Rätselbox ey! Darf ich ihn nicht bitte rund... Aua! Läuf! Aua! Aua! Kann er mal auf... Ach du... Was hast du denn da Luf? Aua! Sollen zwischen den Spielern wechseln? Aua! 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 Wo kommen die Items her? Ah, nicht da rein! Was? Aua! 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 Ich hab euch verlangsamt. Oh, ein heil Ding, ja der bleibe ich stehen. Gib mir was. Guck mal, wir können da wieder auch hin. Ja, hat euch nichts gebracht. Oh nein, nein, guck nicht. Du Händer. Wie hast du das Lochbeginn bekommen von der Kiste, oder? Ich habe es tatsächlich diesmal nicht mal mitbekommen, ich hatte es einfach auf einmal. Okay, weil ich hatte, glaube ich, ein einziges Item gehabt. Ich hatte mich auch, ja genau, mich hat irgendeine weggerostet direkt am Anfang. Auch mal erst. Können wir, eins gehen noch, eins gehen noch. Woher kommen die? Puh. Lack da rein. Da schubst er mich in den Laser um. Ah, Stufenanstieg, ja, danke. So, was gibt's denn noch so? Das war witzig. Oh nein, nicht schon wieder, ey. Ich habe Widow. Ich habe Maru und Lua. Diese Elemente innen? Ja. Okay. Vielleicht hätte man schon sehen können, welcher Spielmodus. Ja, hätte ich auch gerade überlegt. Aber ich glaube nicht, oder? Das wird eh wieder das Schießen sein. Ja, aber vielleicht nicht. Ihr müsst das zweite Mal schießen, genau. Das muss so. Ja. Ja. Super hilfreich. Okay, kurz meine Escape Skills testen. Jetzt nehmen wir hier das weg. Okay, ein Dash. Und ein Dash. Geil. Eine. Ne, oben ist doof. Ich hab die Schüsse. Kann ich? Ja. Boa, siehst du? Schlecht? Was macht der denn? Ist das ein Taunt oder so? Ja, du kannst ihn hier benutzen, alter F4. Alter F4. Alles klar, mach mal bitte vor. Manche haben echt so einen guten Escape-Skill, also wie das unter die Erde gehen zum Beispiel, oder so, das ist mega gut. Ja, das ist stark. Also ich habe nur so einen Dash, der wird mich auch töten können. Okay, was haben wir jetzt? Ich bin unverwundbar. Ibiims, Invincible. Man, let the damn. Oh, wir können da nur ein Schild benutzen. Wieso kommen denn alle zu mir immer? Geht weg, ich brauche euch ein eigener Eck. Ich werde, hier gibt es nur so ein Eck, wo man immer stehen bleiben kann. Oh nein, 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 alle sind gefiltert, nur ich. Was ist eigentlich mit den hier beiden hier hinten, was ich nicht bewegen muss? Da, jetzt kommt es. Ja, du hast es abgeführt für mich. Die Hitbox, ich kann die Hitbox auch noch nicht vernünftig einschätzen. Was ist das denn? Wieso kommen da zwei Leute angelaufen? Haut ab. Wer hat das Team jetzt bekommen? Wie sie dodge? Ich bleib einfach hier stehen. Nein. Aua. Ah, Alex, Lebensregeneration, lucky. Ich habe nicht mal Lebensverlust noch an. Ich schon. Da wechseln müssen, das hätte bestimmt auch gezählt. Ich habe den besten Punkt ever gefunden. Ah! So, was passiert jetzt? Ich bin da voll. Ich habe bei beiden schon etwas verloren. Oh, meine Verteidigung ist unten super. Oh, ist die nicht losgeworden, obwohl ich näher dran wäre? Oh, das war ein bisschen lucky. Wie ist es ausschließend? Wir wollen aber auch alle gewinnen. Ja. Aua. Oh, das war's. Oh, shit. Ich wurde gehirrt. Alter, kann der Typ mal abnehmen? Nein, gefirrt! Ohohohoho. Hört doch auch. In den so einen Laser gefirrt worden wäre. Okay. Ja, das war ganz knapp, dass die aufgehört haben, die Laser. Leute, das wird härter. Das ist ja nur noch Lack jetzt, oder? Lack? Also noch kann man ausweichen. Also klar, du kannst natürlich irgendwelche Situationen... Jesus. Aua, auf. Die habe ich nicht gesehen. Ich dürfte eigentlich gar kein Damage gehen. Ich bin ja so ein komisches Vieh, oder? Auch so ein Strumpvieh. Drei Minuten sind um. Stelle Feuer ein. Jo. Kann ich hier springen? Oh! Komm, Risiko. Ja. Loi. Da, ich hab euch gerettet. Da, ich hab euch gerettet. Ich pack mich weg! Der Typ! Äh... Phase 4! Achtung! Weitere Lackschüsse! Okay... Weitere Trinkschu... Is he a boobeless? Weitere Reit for echten Trinkyshots? Kaff, wir können mal... Von... 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 Naja... Du musst halt ein Ende finden. Meinst du, man kann jetzt 20 Minuten und sowas mal machen? Tja... Stimmt... Bestimmt ey! Ich den Pros, die gewinnen alle! 열! Oige! Alter! Schieff... Alter, was ist das denn jetzt?! Jetzt hört es aber auf zu langsam! Ja, easy. Oh shit. Ich hole doch ne Lucky Box, dann guck dir doch. Oh Gott, Alter. Oh shit. Holy shit. Natürlich. Natürlich. Ich geh noch ein bisschen down. Nee. Wo? Jetzt. Stardot unverwundbar gehabt, oder? Ja. Jetzt bin ich auch noch tot. Scheiße. Das war geil. Gibt man hier eigentlich irgendwas, wenn man gewinnt? Ja, du kriegst diese Dinge ins Ziel, wo für die Glyphen vier Stück Schachtfeldmedaillen. Ach so, ich hab zwei gekriegt. Hab ich vier. Fun-Modus, ne? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like. Wir werden noch mal einen Fun-Modus machen. Vielleicht kriegen wir ein paar andere. Also einen Part machen wir noch davon. Schaut mal dann vorbei. Link zum schönen Video. Bis dann, ganz gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.